Hallo zusammen, morgen geht es los mit dem Swiss Ulala. Ich hoffe alle Kinder sind bereit und haben die Scheid gewachsen. Ich selber war 5 mal im Swiss Ulala und habe dort eine sehr schöne Zeit gehabt. Ab und zu haben wir ein bisschen seich gemacht, aber das gehört dazu. Wir mussten auch mit Konsequenzen rechnen. Einmal mussten wir sogar morgens am 5 Uhr aufstehen und zwei Stunden wandern. Es gab natürlich viele Highlights im Swiss Ulala. Eins davon war sicher die Lager-Olympiade, aber auch vom Training, das sehr abwechslungsreich war und lustig war, konnte ich sehr viel profitieren. Auf jeden Fall ist es schade, dass ich nicht mehr so jung war, sonst würde ich morgen natürlich auf den Lauerberg gehen und dort mitmachen, aber jetzt bin ich halt schon ein bisschen älter. Jetzt wünsche ich allen Kindern ganz viel Spass in diesen paar Tagen und geniessen es und eine ganz schöne Zeit. Schönen Abend und bis bald.